Hallo, mein Name ist David Riepelt und ich bin Senior Berater bei Dizy. Und dort bin ich derzeit primär in den Bereichen Kadenza als WebGIS und im Zusammenspiel mit Geodateninfrastrukturen aktiv. Und genau aus diesen Bereichen möchte ich Ihnen heute einige spannende Neuerungen in Kadenza zur Visualisierung und zur Analyse von Geodaten vorstellen. Starke Geoanalysen benötigen Geodateninfrastrukturen. Wenn Sie Geoanalysen durchführen, dann benötigen Sie zumeist auch eine bestimmte Menge an allgemeinen Geodaten, wie beispielsweise Hintergrundkarten, Verwaltungseinheiten, Adresskoordinaten oder auch vieles mehr. Die organisationsweite Bereitstellung solcher allgemeinen Geodaten lässt sich effizient über Geodateninfrastrukturen lösen. Also zentral organisierte und standardisierte Schnittstellen. Die Analyseanwendung hat schließlich die Aufgabe, diese allgemeinen Geodaten mit ihren Fachdaten in Verbindung zu bringen und zur gemeinsamen Auswertung bereitzustellen. Und heute möchte ich Ihnen in meiner Demonstration zeigen, wie gut Kadenza mittlerweile darin geworden ist, genau solche allgemeinen Geodaten in Analyse-Szenarien zu integrieren. Und zwar auf der Basis und im Zusammenspiel mit einer modernen Geodateninfrastruktur, die vollständig auf offenen Datenquellen und Open-Source-Dienstekomponenten aufsetzt. Dafür wechsle ich nun in die Präsentation. Beginnen wir mit dem, was wir als erstes sehen. Der Hintergrundkarte. Bereits in der Vergangenheit hatten wir Hintergrundkarten auf der Basis von Open-Street-Map-Daten erstellt und im Kadenza-Demo-Repository eingebunden. Kürzlich haben wir die Hintergrundkarten grundlegend überarbeitet und erweitert. Wir finden jetzt im neuen Kadenza-Demo-Repository eine Umschaltgruppe mit einem ruhigen Graustufen-Stil, einem dunklen Kartenstil für starke Farbkontraste, einem Straßenstil mit dem Fokus auf Infrastruktur, sowie einen Labelfreien-Stil. Der Graustufen-Stil ist außerdem auch als Offline-Variante mit eingebunden. Als nächstes kommen wir zum Location-Finder. Das ist das kleine Textfeld hier oben im Kartenmenü. Bereits im letzten Jahr hatte ich Ihnen gezeigt, wie wir mit dem Location-Finder inzwischen auch Adressen suchen können. Ich fange einmal mit einem einfachen Beispiel an auf der Ortsebene und suche nach dem bekannten Neustadt. Der Location-Finder bietet mir Adressvorschläge hier im Flyout und gleichzeitig die Punkte in der Karte zur Auswahl. Je genauer meine Suche ist, desto eindeutiger sind selbstverständlich auch meine Suchergebnisse. Suche ich beispielsweise nach der Bammthaler Straße 5 in Wiesenbach. Dann war meine Suche wohl eindeutig genug und ich erhalte genau einen Treffer. Wähle ich diesen Treffer aus, so wechselt mein Kartenausschnitt genau auf den Treffer, behält das vollständige Suchergebnis oben im Location-Finder-Feld und den Pin in der Karte. Okay, ich kann also eine Adresse finden, aber kann ich auch viele Adressen finden. Selbstverständlich kann ich den Geocodierungsdienst auch für den Dateiimport nutzen. Habe ich Dateien mit Adressdaten, wie beispielsweise hier meine vorbereitete Excel-Datei mit den Adressen der früheren und aktuellen und zukünftigen Disi-Büros, so kann ich auswählen, dass diese Datei Adressdaten enthält, und den Import-Dialog weiter ausführen. Wir konnten auch früher schon Adressdaten importieren, benötigten dann aber die Adressen in ihre Einzelelemente aufgesplittet in den Eingangsdaten, also als Land, Bundesland, Postleitzahl, Ortselemente und so weiter. Mittlerweile benötigen wir das nicht mehr. Uns reicht schon ein Adressfeld. Ich bitte Sie jetzt noch einmal, hier mit mir gemeinsam auf die Adressen zu schauen. Wir haben in der ersten Zeile eine Adresse, bei der keine Ortsangabe. In der zweiten Zeile eine Adresse, wo die Postleitzahl fehlt. Und in der dritten Zeile eine Adresse, bei der ich nur die Straße habe. Merken Sie sich das bitte vor einem Moment, während ich im nächsten Schritt durch die automatische Datentyp-Zuordnung hindurch gehe und schließlich zum Dialog komme, in dem ich den Themennamen angeben kann, das Beschriftungsattribut und eben genau auswählen kann, ob ich meine Adressen noch auf die Spalten verteilt habe oder eben in einer Spalte vorliegen habe. Letzteres ist bei mir der Fall. Ich muss nur noch eine Adressspalte auswählen und habe jetzt noch zwei neue Optionen hier zur Verfügung. Und jetzt erinnern wir uns kurz, wie unsere Adressen aussahen an dieser Stelle. Wir hatten ja an der einen Zeile nur eine Straße angegeben. Die Zimmerstraße 4. Tatsächlich, das habe ich nachgeschaut, gibt es in Deutschland 80 Zimmerstraßen. Der Geocodierer könnte an dieser Stelle also gar nicht genau wissen, welche Zimmerstraße wir suchen. Wenn ich allerdings weiß, dass ich Adressen in Karlsruhe suche, dann kann ich meine Suchqualität an dieser Stelle wesentlich erhöhen, indem ich einfach diese zusätzliche Information mitgebe und in das Freitextfeld Karlsruhe hineinschreibe. Zusätzlich könnte ich die Geocodierung auch noch auf den aktuellen Kartenausschnitt beschränken. Das benötige ich hier jetzt allerdings nicht. Und ich führe den Import aus. Und es hat funktioniert. Ich mache noch einmal die Übersichtsgrade zu und wir sehen meine drei Adressen an der richtigen Position in Karlsruhe. Die Adresssuche basiert auf OpenStreetMap-Daten. Und neben Adresskoordinaten beinhalten die OpenStreetMap-Daten natürlich noch eine gigantische Anzahl an weiteren interessanten Datensätzen. Allen voran die Points of Interest oder auch interessante Orte. Und um auch nach diesen suchen zu können, haben wir eine entsprechende Points of Interest Suche im Location Finder umgesetzt. Ich gehe in die Datenquellen, deaktiviere meine Adressdatenquelle und dafür meine Points of Interest Datenquelle. Ein einfaches Beispiel. Sie müssen gar nicht genau wissen, was sich an der Ludwig-Erd-Allee Nummer 6 befindet. Aber den Namen des innovativsten Geoanalytics-Unternehmens in Deutschland sollten Sie natürlich kennen. Ich suche also nach Dizi. Und an dieser Stelle sehen wir auch gleich, dass es sich um einen globalen Datenbestand handelt. Das heißt, ich kann sowohl Adressen als auch Points of Interest auf der ganzen Welt suchen. Hier habe ich ja auch schon meinen Treffer, Dizi-Informationssysteme. Ich wähle meinen Treffer aus und erhalte direkt die Kartenansicht. Und an dieser Stelle auch noch einige zusätzliche interessante Informationen aus den OpenStreetMap-Daten. Wie beispielsweise unsere Kontaktdaten oder unsere Kernbürozeiten. Nun ist der Datenbestand der OpenStreetMap-Daten natürlich nicht nur für die Adresssuche interessant, sondern auch als eigenständige Geodaten. Es kann ja schließlich sehr interessant sein, wenn ich beispielsweise schnell einen Datensatz zu den Schulen, Kindergärten und Kitas in meiner Region zur Hand habe. Und da habe ich eine tolle Neuigkeit für Sie parat. Denn in dem neuen Cadenza Demo Repository haben wir einen genau solchen Katalog an interessanten Points of Interest Daten für Sie vorbereitet und eingebunden. Der Katalog umfasst mehr als 70 Einzelthemen, die wir hier fertig vorkonfiguriert und strukturiert haben und die ich direkt in meine Karte laden kann, um damit weiterzuarbeiten. Zusätzlich erhalte ich auch noch einige wichtige Metainformationen, zum Beispiel die zugrunde liegenden Suchkriterien für die Datenrecherche in den OpenStreetMap-Daten, aus denen diese Datensätze entstanden sind. So, ich lade also die Schulen, Kindergärten und Kitas in meine Karte und wunderbar, kann gleich auf dieser Ebene mit weiterarbeiten. Dann möchte ich noch zum nächsten Punkt übergehen. Zur Übersichtlichkeit entferne ich noch einmal meinen Datensatz, schließe die Legende und jetzt kommt Bewegung in die Sache, denn ich möchte Ihnen das Routing zeigen. Dafür öffne ich über das Kartenmenü das Routing-Panel hier an der rechten Seite und sehe gleich einen übersichtlichen Dialog, in dem ich mich schnell zurechtfinde und praktischerweise wird die letzte Ortssuche, die ich im Location Finder unternommen habe, auch für meinen ersten Startpunkt des Routings mit übernommen. Jetzt reicht es mir also schon, wenn ich einmal in die Karte klicke und schon erhalte ich die Autostrecke zwischen unseren beiden Bürostandorten. Außerdem bekomme ich noch einige weitere interessante Informationen, wie beispielsweise die angenommene Zeitdauer der Reise sowie die Distanz und sogar detaillierte Streckeninformationen. Nun, für diese Distanz ist mir natürlich ein kleiner Spaziergang viel lieber und deswegen wechsle ich auf das Fußgängerprofil. Bekomme eine andere Strecke und zur Verdeutlichung möchte ich einmal noch auf eine andere Hintergrundkarte umstellen und wir sehen, die Strecke geht nur durch den Park und das ist mir natürlich viel lieber. Für die Routenberechnung stehen mir außerdem noch einige weitere Optionen zur Verfügung, beispielsweise kann ich mich entscheiden, ob ich die empfohlene, schnellste oder kürzeste Route wählen möchte oder auch gewisse Strecken vermeiden möchte, beispielsweise als Fußgänger nicht über Treppen zu laufen oder als Autofahrer Mautstraßen zu entgehen. Und natürlich kann ich nicht nur zwischen zwei Punkten ruten, sondern kann auch einige weitere Zielpunkte hinzufügen. Und dass das Ganze global funktioniert, kann ich auch gleich zeigen, indem ich beispielsweise nach Zürich fahren möchte. Habe ich die passende Route für mich gefunden, so kann ich diese zur Karte hinzufügen und erhalte ein Geo-Thema direkt in meiner Legende, das ich nun nutzen kann, beispielsweise die Daten zu exportieren oder eben auch für weitere Geo-Analysen. Als einfaches Beispiel möchte ich hier mal eine Puffer-Operation auswählen. Ich wähle also meine Route, erstelle einen Puffer über zwei Kilometer, den ich Puffer nenne und füge ihn der Karte hinzu und habe nun also die gepufferte Fläche entlang meiner Strecke. Mit dieser kann ich nun auch wiederum weiterarbeiten, Sie beispielsweise auswählen und nun mir ein Points-of-Interest-Thema an dieser Stelle hinzuladen, um dieses zu filtern. Sie könnten natürlich auch Ihre Fachthemen damit filtern, beispielsweise Grundstücke entlang der Strecke finden oder Messstellen. Für meinen Fall nutze ich unsere Points-of-Interest-Themen und interessiere mich an der Stelle für die Sehenswürdigkeiten. Ich lade also das Layer der Sehenswürdigkeiten mit in die Karte und sehe, dass ich schon einige Sehenswürdigkeiten in meinem Kartenfenster angeboten bekomme und kann meine Pufferfläche nun nutzen, um meine Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke zu filtern. Ich wähle also aus Filtere in vorhandenem Thema, führe aus und erhalte die Sehenswürdigkeiten, die entlang meiner Route nach Zürich liegen. Und wir können einmal reinschauen, was wir dort finden. Ein Erdbeerfeld zum Selberpflücken. Warum nicht? Gut, das Streckenrouting funktioniert. Ich kann den zugrunde liegenden Routing-Dienst allerdings nicht nur dafür nutzen, um von A nach B oder nach C zu navigieren. Ich kann das zugrunde liegende Grafennetz auch dafür benutzen, mir die Erreichbarkeit ausgehend von einem Standort berechnen zu lassen. Und dazu öffne ich wieder mein Routing-Site-Panel und befinde mich jetzt auf dem Reiter Erreichbarkeit. Weiterhin habe ich auch die letzte Ortssuche in meinem Location-Finder, die ich hier allerdings jetzt nicht mehr benötige. Für die Erreichbarkeit reicht mir an der Stelle ein einzelner Stützpunkt. Beispielsweise wähle ich Stuttgart aus und definiere mir noch auf die Schnelle, dass ich Zonen von 10 Minuten, und zwar drei Stück an der Zahl möchte, und klicke einmal direkt auf Berechnen. In der Karte erhalte ich nun die entsprechenden Flächen, ausgehend von meinem Stützpunkt, die innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten erreichbar sind. Ich kann die Erreichbarkeitsberechnung auch nach Distanz definieren. Außerdem kann ich verschiedene Vermeidungen, wie auch beim Streckenrouting, einstellen. Und sie steht mir auch für verschiedene Profile zur Verfügung. Außerdem kann ich auch die Erreichbarkeit ausgehend von mehreren Stützpunkten berechnen lassen. Beispielsweise drei Stück, die ich mir auswähle und mir berechnen lasse. Nun erhalte ich drei Erreichbarkeitszonen-Ergebnisse für einzelne, für jeden von meinen Stützpunkten. Hier bekomme ich noch etwas zusätzliche Informationen zu den Flächengrößen und ich habe die Option, meine Erreichbarkeitszonen auch zu einer Fläche zusammenzuführen. Wähle ich das aus, berechne neu, so erhalte ich nur noch eine vereinigte Fläche meiner Erreichbarkeitszonen. Bin ich zufrieden mit meiner Berechnung, kann ich diese wiederum der Karte hinzufügen und erhalte, ebenso wie beim Streckenrouting, ein voll nutzbares Geodatenthema in meiner Karte. Dass ich auch an dieser Stelle wieder für weitere Geoanalysen nutzen kann. Ein kleines Beispiel noch einmal dazu. Ich selektiere beispielsweise meine 20-Minuten-Zone und wähle hier jetzt die Option Geometrie in anderen Themen suchen, also unsere Themengruppensuche. Als Themengruppe haben wir vorbereitet im Demorepository auch unsere gesamten neuen Points-of-Interest-Themen strukturiert in verschiedene Themengruppen und beispielsweise interessiere ich mich dafür, wie viele Krankenhäuser in meinem Erreichbarkeitsbereich liegen. Wähle also die Themengruppe Bildung und Soziales aus und führe die Suche durch und sehe, acht Krankenhäuser sind in meinem Bereich, kann diese auswählen, direkt hinzufügen und habe mein gefiltertes Krankenhausthema in der Karte und kann an dieser Stelle wunderbar damit weiterarbeiten. Soweit zu der Demonstration in Cadenza für heute. Nun möchte ich gerne mit Ihnen noch einen Blick auf den technischen Hintergrund wagen. In meiner Demonstration habe ich eine ganze Palette an Daten und Diensten einer Geodateninfrastruktur verwendet und wir haben gesehen, wie nahtlos sich diese in Cadenza Web inzwischen integrieren. Die Geodateninfrastruktur, die ich verwendet habe, war über standardisierte Schnittstellen an Cadenza angebunden und die Serverkomponenten genauso wie die Datenhaltung basierte vollständig auf Open Source Komponenten. Die Datenquellen wiederum auch wieder auf Open Data Datenquellen. Nun fragt sich vielleicht der ein oder andere, wunderbar, aber was ist, wenn ich keine so starke GDI zur Verfügung habe? Und der erste Teil der Antwort ist, dass Disi genau diese Geodateninfrastruktur, die ich für die Demonstration verwendet habe, ab sofort für Testzwecke zur Verfügung stellt. Das bedeutet, ab der Version Cadenza Workbooks sind diese Dienste bereits im Demorepositori einkonfiguriert. Und die einzige Voraussetzung zur Nutzung für sie ist eine bestehende Internetverbindung. Aber es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass wir diese Infrastruktur nur für Test- und Demonstrationszwecke betreiben und wir keinerlei Gewährleistung für die Erreichbarkeit und Funktionalität der Dienste übernehmen. Oder anders gesagt, bitte nutzen Sie unsere Disi GDI nicht produktiv. Aber nutzen Sie sie. Nutzen Sie sie gerne zum Testen und zum Ausprobieren, wie gut das bereits in Cadenza funktioniert. Der zweite Teil der Antwort ist, dass wir diejenigen unter Ihnen, die eine entsprechende Geodateninfrastruktur produktiv betreiben möchten, gerne dabei unterstützen, diese aufzubauen. Tatsächlich ist der selbstständige Aufbau einer GDI, sozusagen auf der grünen Wiese, ein recht zeitaufwendiger und teurer Prozess. Durch die Erfahrung, die wir mittlerweile sammeln konnten beim Aufbau der Disi GDI und mit unseren Partnern, sind wir in der Lage, eine weitgehend vorkonfektionierte Geodateninfrastruktur basierend auf vollständig Open-Source-Komponenten anzubieten. Das sind große Neuigkeiten und dazu gibt es auch noch viel zu berichten. Dafür möchte ich auf eine gesonderte Online-Veranstaltung zu diesem Thema hinweisen, die gerade in Planung ist und weitere Informationen erhalten Sie demnächst auf den bewährten Informationskanälen. Von den vielen weiteren Neuerungen in Cadenza Web habe ich zum Abschluss noch drei herausgepickt, die ich für besonders nützlich erachte. Erstens haben wir in der Karten-Werkzeug-Leiste eine Funktion eingeführt, mit der ich die Koordinaten eines Ortes in der Karte ermitteln kann. Klicke ich damit in die Karte, erhalte ich die Koordinaten im Referenzsystem der Karte angezeigt und kann diese auch direkt in die Zwischenablage kopieren. Zweitens haben wir in den Zeichenthemen eine Funktion eingeführt, um Zeichenobjekte zu gruppieren. Das funktioniert im Prinzip genauso wie bei PowerPoint und ist wirklich höchst nützlich für die Usability von Zeichenthemen. Drittens haben wir im Dialog Themen hinzufügen eine neue Funktion eingeführt, mit der ich Planquadrate erzeugen kann. Dafür öffnet sich ein übersichtlicher Dialog, der schnell ausgeführt ist und ich erhalte ein Planquadrate-Thema in meiner Karte mit Schachbrett-Notation, das mir hilft, mich zu orientieren oder auch für Geoanalysen, beispielsweise Filterung oder Selektion. Für alle weiteren Neuerungen kann ich Ihnen die Reason Notes ans Herz legen. Wir haben wieder viel erreicht und wir haben immer noch viel vor. In diesem Jahr liegt der Fokus sicherlich auf dem Ausbau der Cadenza Workbooks. Insbesondere die starke Integration der GDI-Dienste in die Workbooks wird uns noch viele Möglichkeiten zur Geovisualisierung und Analyse bieten. Ich freue mich schon auf die Kombination dieser großen Stärken. Das waren die Neuerungen zu Cadenza als WebGIS und Bausteine einer GDI. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle noch einen schönen Tag Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020